Hi und herzlich willkommen zurück zu diesem Video Leute, heute ist das große Sommerupdate erschienen Leute, ich versuche euch so schnell wie möglich dieses Video hinzubringen, damit ihr alle Sommerinfos habt, wir haben viele, viele Gratis-Items, viele, viele geile Aufgaben, neuer Shop-Hintergrund, neue Skins und so weiter und so fort, vorab, würde ich mich freuen, ihr seht oben 979, nur noch 21 Abonnenten, dann sind wir bei den 1000, mich würde es freuen, würdet ihr mich auf die Reise zu den 1000 Abonnenten unterstützen, zusätzlich auch auf TikTok und Insta vorbei, schon Link in der Infobox, jetzt quatschen wir nicht lang, gehen wir mal auch kurz direkt in den Itemshop und ihr seht, wenn ich von Itemshop beziehungsweise zum Itemshop-Switcher, haben wir einen neuen Hintergrund, ne, ein neuer Hintergrund wurde halt für das Sommer-Event reingemacht, auch mit diesen Ranken und Blumen, wurde nur ein bisschen aktualisiert hier eingeblendet, mal komplett ohne Shop, auf jeden Fall, im Shop haben wir jetzt keine neuen Skins bekommen, heute ist der 4. Juli, dementsprechend natürlich die Amerika-Skins, ne, die kommen ja gefühlt jeden, also die kommen jeden 4. Juli bis jetzt rein, die Amerika-Skins, ansonsten haben wir natürlich schon ganz viele, ähm, Sommer-Skins im Itemshop, unter anderem natürlich hier, ähm, Ice-Skin und so weiter und so fort, und das wird sich hier unten fortsetzen, natürlich mit den Küstenkriegern, auf jeden Fall neuer Shop-Hintergrund und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter, wir schauen uns den offiziellen Trailer an, genießt die Sonne bei der lockeren Lagune, denn der Sommer-Escape ist jetzt da, geil man, schaut bis zum 18. Juli, 15 Uhr ins Spiel vorbei, ganz genau nochmal hier die Bestätigung, das wird von heute, dem 4.7. bis zum 18.7. um 15 Uhr gehen, genau zwei Wochen und ich würde sagen, Leute, wir gönnen uns hier den 32-sekündigen Trailer. Oh, ja, ist das geil, das ist die Lagune, die schon so sommerlich angehaucht ist, ne, wow, by the way, kommen wir auch gleich dazu, bevor wir jetzt so viel quatschen, ich liebe die Musik, die Fortnite immer einfügt, die Musik, das ist immer so geil, Oha, 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 sieht super aus, Sommer-Skins neue Und die Key-Art, ganz genau, Leute, hier auch nochmal eingeblendet, ohne Milch, also komplette Key-Art, das ist die Key-Art für Sommer-Wert, was sehen wir denn im Trailer, im Trailer sehen wir keine neuen Waffen, wir sehen auf jeden Fall, dieser Ort werden wir auch gleich ingame hingehen, der sommerlich angehaucht ist, wir sehen viele Sommer-Skins, ne, Ähm, hier der Eye-Skin, dann sehen wir auch weitere Sommer-Skins, einmal das Juli-Crew-Paket ist ja auch ein Sommer-Skin und wenn wir natürlich auch weiter vorspulen, Leute, sehen wir hier natürlich, ähm, einmal hier unten diesen Sommer, ähm, Skin mit der Gas-Maske wird ja auch kommen, sehr, sehr geil, die Ruby in der Pastell-Variante, auch ein neuer Sommer-Skin, der jetzt die Tage in den Shop kommen wird, sehr, sehr geil, zusätzlich sehen wir im Hintergrund hier, Feuerwerk, kann entweder die, ähm, ja, Flare Gun sein, ne, die Flare Gun hat ja jetzt auch ein Feuerwerks-Design bekommen, ne, die Flare Gun ist ab heute in der Feuerwerks-Variante da, oder es ist tatsächlich das Feuer-Queen-Chapter 3, das während einer Runde einfach mal ein Feuerwerk in den Himmel geht, werden wir gleich ingame gucken, mir gefällt der Trailer, gibt richtig geile Sommer-Ribes und wir gehen direkt zum nächsten. Dann einmal in der Battle-Royale-Lobby angekommen, seht ihr hier einmal bei Aufträge ein Ausrufezeichen, denn ihr klickt auf Aufträge, dann seht ihr hier Summer Escape für noch eine Woche und sechs Tage, also bis zum Dienstag in zwei Wochen, ähm, um 15 Uhr und ihr seht hier ganz, ganz viele Gratis-Items. Ich blende euch jetzt genau die Liste ein, das sind neun Gratis-Items, also werden wir neun Gratis-Items bekommen und diese Gratis-Items wird es alle geben und ich erkläre euch kurz, wie es ist, ist eigentlich ganz selbst erklärt und zwar gibt es natürlich Aufträge, ihr müsst diese Aufträge machen. Ihr kriegt pro Auftrag 30.000 XP, also ihr levelt zusätzlich nochmal extrem gut rein. Auf jeden Fall müsst ihr 14 Aufträge abgeschlossen haben, um das Rücken-Accessoire, welches ihr hier unten seht, zu bekommen. Wenn ihr 18 Aufträge abgeschlossen habt, bekommt ihr hier diesen Libellen-Gleiter und wenn ihr 24 abgeschlossen habt, kriegt ihr hier ein Emoji-Con mit der Kokosnuss und einen Ladescreen. Und jetzt denken sich, hä, hier ist doch aber auch eine Spitzhacke oder wie sollen wir 24 Aufgaben machen, wenn hier keine 24 Aufgaben sind? Ganz, ganz selbst erklärt auch dahingehend, wir werden noch welche bekommen. Und das Ganze bedeutet auf jeden Fall, wir werden noch Sommeraufgaben bekommen, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, ne, wenn hier 24 Aufgaben steht und hier sind 5, 6 Aufgaben, deswegen gibt es keinen Sinn. Deswegen, es werden höchstwahrscheinlich jeden Tag neue Aufgaben, jetzt kommt 2 oder 1 neue Aufgabe. Mal schauen, werdet ihr aber auch in den nächsten Videos von mir mitbekommen. Und diese Spitzhacke, die wir hier oben sehen, diese genau, die wird noch verfügbar sein, das heißt, jetzt könnt ihr gerade heute noch nichts kostenlos freischalten. Wie gesagt, 14 Aufgaben, Rückenaccessoire 18, der Gleiter 24, der Emoji-Con plus ein Ladescreen und die Spitzhacke und verschiedenste Waffenlackierungen werden noch durch neue Aufgaben folgen. Die sind heute noch nicht aktiv, wird dann aber den nächsten Tagen folgen. Jetzt nochmal kurz grob gesagt, für die Leute, die das vielleicht jetzt nicht verstanden haben oder für die Leute, die sich jetzt wundern nochmal, auf jeden Fall, Gratis-Items könnt ihr euch die abholen, beziehungsweise die Aufgaben machen, die jetzt schon da sind. Eine Gratis-Spitzhacke oder verschiedene Waffenlackierungen werden die nächsten Tage noch mit neuen Aufgaben folgen. Es werden also in den nächsten Tagen bis zum 18. noch viele neue Sommeraufgaben folgen, um natürlich die ganzen kostenlosen Sachen halt freizuschalten. Und Leute, wir sind zackig bei der neuen Sommerlocation. Ganz genau, das ist die neue Sommerlocation, die wir heute bekommen haben, habe ich ja schon in den letzten Videos immer eingeblendet, wenn es um Sommerupdate ging. Und zwar, Leute, habe ich ja gesagt, Wand-Kraffiti, beziehungsweise Wandmalereien, was wir bekommen haben, ne, einmal hier eine riesen, beziehungsweise dieser riesen Muskelkarte-Skin einmal schön ran gesplayt und eine Banane. Da noch ein paar Überreste und hier alles schön bunt gefärbt. Sehr, sehr nice, Leute, habe ich ja erzählt. Zusätzlich habe ich auch immer wieder gesagt, ne, und betont Gummi, verschiedene Gummi-Deko, zum Beispiel diese Gummipalme hier oder solche Gummi-Luftmatratzen, genauso wie hier Über-Luftmatratzen. Ähm, natürlich Palmen. Da vorne ist ein kleiner Eisstand, weitere Palmen und Luftmatratzen, ne. Ähm, Regenschirme, beziehungsweise was ist Regenschirme? Dementsprechend heißt Sonnenschirme mit liegen, wo wir uns drauflegen können, beziehungsweise wir jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Dann hier ein schöner Eisstand mit einer schönen Kirsche obendrauf. Sehr, sehr geil, sehr, sehr schön sommerlich angeaucht. Und das ist also kein neuer Ort, ist aber halt schön sommerlich angeaucht. Gefällt mir mega, mega gut. Solche Kleinigkeiten mit Lichter, Ketten und allem und drum und dran. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ein komplett hier neuer Ort, beziehungsweise ein komplett neuer, ihr habt es sein, der Ort Richtung Sommer. Sehr, sehr schön. Schreibt mir da und geht mal eure Meinung in die Kommentare. Und, ähm, gebt dem mal ein Rating von 1 bis 2. Mir gefällt der sehr, sehr gut. Haben sie sehr, sehr schön umgesetzt und gibt sehr, sehr gute Sommer-Raps ab. Dann, Leute, auch weitere neue Items und zwar Eis. Ganz genau, hier sehen wir einmal Eis und zwar Frost-Eis. Wenn ich das jetzt esse, das werden wir mal hier oben machen, kann ich's essen, krieg halt 5 HP und krieg halt Eisfüße, ne. Kennt ihr, war schon letztes Jahr in-Game. Und das gibt's nicht nur mit Eis. Nein, Leute, diese ganze Geschichte gibt es auch tatsächlich nicht nur hier wie, jetzt hab ich Eisfüße, ne. Ob das immer so praktisch ist, weiß ich nicht. Gibt sich auf jeden Fall 5 HP. Aber das Ganze gibt's auch mit Chili, dass ihr dann diesen Chili-Sprint-Effekt habt. Das gibt's als Jungbrunnen hier mal alle eingeblendet, dass ihr wieder 100 AP, äh, Greenlife bekommt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also diese verschiedenen Eis-Sorten sind auch wieder da. Passend zu der ganzen Geschichte war ja die Flergarn jetzt seit Season 3 schon wieder drin, ganz klar, ne. Seit der Season 3 ist die Flergarn drin, ne. Das war's aber nicht gewesen, beziehungsweise seit einem Update ist die Flergarn wieder drin, ne. Ah, da unten ist ein Gegner, den werden wir kurz eliminieren. Und ja, also keine Flergarn, Leute, sondern, äh, also es ist noch die ganz normale Flergarn, aber sie heißt nicht mehr nur Leuchtpistole, nein, sie heißt jetzt Feuerwerk-Leuchtpistole. Und zwar wie in Chapter 3 schießt sich jetzt in den Himmel, sie leuchtet bunt und macht hier ein wunderschönes Feuerwerk, ne. Ein wunderschönes Feuerwerk, gefällt mir mega, mega gut, Leute, vor allem wir können auch mal Double-Variante machen. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus, bringt natürlich nix, macht natürlich immer nur noch das, was sie tun soll, sie scannt die Gegner in der Umgebung. Aber für den Sommer hat Fortnite sich gedacht, yo, machen wir's wie letztes Jahr, macht hier ein schönes, ähm, ja, ähm, ein schönes Feuerwerk, beziehungsweise einen schönen Feuerwerk-Effekt. Zusätzlich haben sie heute auch wieder zwei weitere Perks hinzugefügt. Einmal ein Perk, ähm, das ist, wenn ihr in Matsch seid, Leute, wie ich jetzt hier in Matsch seid, kriegt ihr eine Thermalansicht. Ähm, also wenn ihr hier mit Matsch voll seid, dass ihr euer ganzes Bild thermal aussieht, ne, dass die Gegner dann also hell sind, kennt ihr natürlich Thermalansicht, wie die Infrarot-DMR, also Infrarotansicht habt, wenn ihr in Matsch seid. Und einmal natürlich, dass ihr, wenn ihr slidet, einen Eis-Effekt habt und halt dementsprechend schneller seid, ne, Perk ist wieder, beziehungsweise beide Perks sind da. Das mit dem Eis ist natürlich auch sommerlich angeauft, dass ihr da schneller seid und halt, ähm, einmal Thermalansicht. Und wenn wir mal schauen, Leute, hier Summer Escape, die Aufgaben sind, ähm, einfach erhalte Schilde oder, ähm, ähm, ja, hier lege bei lockerer Lagune Distanz beim Schwimmen zurück. Ist Eiswaffeln, ne, das sind alles Easy-Aufgaben, die wir jetzt die nächsten Tage machen werden und es werden, wie gesagt, neue kommen. Also, wirklich, es sind Easy-Peasy-Aufgaben für Easy-Peasy und wunderschöne Gratis-Items, ne. Schönes Sommer-Update mit neuen Gratis-Sachen. Leute, zusätzlich nochmal hier eingeblendet, wenn ihr Fortnite Crew habt, ne, Crew-Member seid, was ich jetzt zum Beispiel nicht bin, kriegt ihr auch ein kostenloses Item. Und zwar so eine kleine Banane auf dem Rücken, sehr, sehr cooles, kleines Mini-Item. Ist halt ein Rückenastro, was ihr zusätzlich auch nochmal für Crew kostenlos bekommt. Leute, des Weiteren wird auch dieses schöne, ja, Affen-Bundle in dem Item-Shop kommen, war eigentlich nur ein Konzept, aber so wie es aussieht, wird es jetzt bald im Sommer eventuell ist wahrscheinlich noch erhältlich sein mit diesem Affen. Ihr seht hier auch diese Banane, die ich euch eben eingeblendet habe, die habt ihr aber durchs Crew-Bucket bekommen. Auf jeden Fall ist es sicher, beziehungsweise so gut wie sicher, dass auf jeden Fall diese Affenskin kommt. Es ist nichts zu 100% bestätigt, aber Leute, die Chancen sind sehr, sehr hoch, dass wir das jetzt im Sommer noch erhalten. Und Leute, jetzt fragen sich auch die Leute, hä, was ist denn jetzt im Battle Pass mit den Muskelkader? Ja, der Muskelkader ist jetzt noch im Sommer, wenn er gestartet ist und ist noch deaktiviert, beide Seiten. Und wir haben noch keine Aufgaben, ne, wir werden ja diesen Skin durch Aufgaben freischalten können, beziehungsweise auch die Battle Pass-Sterne. Hm, die Frage ist jetzt, hä, warum ist er noch nicht da? Ich habe in dem Video vor zwei Wochen schon gesagt, er wird am 6.7. kommen. Freunde, hier ist kurz schmäler aus dem Schnitt, der neue Muskelkader-Skin wird ab dem 6. Juli, also diese Woche Donnerstag, 15 Uhr verfügbar sein, wurde jetzt offiziell von Fortnite bestätigt, also diese Woche Donnerstag, 15 Uhr, könnt ihr euch den holen. Das war's gewesen eigentlich, ne, wir haben die Gratissachen, ne, wie und wann sie kommen werden, wir haben zwei neue Perks, wir haben die neue Feuerwerkspistel, wir haben eben tatsächlich auch diesen komplett neuen Ort hier, beziehungsweise mal angeschaut, ne, sommerlich angehaucht. Und wir haben die neue Flaregun mit Feuerwerk, gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall heute eventuell noch ein kleines Video folgen, ähm, ich werde mal schauen, ob ich das heute noch raushaut. Dementsprechend, Leute, war's das gewesen. Es ist mir gerne eine positive Bewertung da. Haut rein, euer Schmäle. Und warte, okay, den kehren wir erst noch. Euer Schmäle. Und ciao. Euer Schäle.